ich mache jetzt mal ein safe state ich weiß nicht ob das eine gute idee ich habe nicht nur noch einen energiebalken und jetzt hat es mich noch nicht erwischt jetzt habe ich nämlich null energiebalken hier schlag schon auch mal den super schuss hier sagt dass der hier mal den abgang macht mein tod mist ärger ich hasse dich habe ich eben schon erschossen abgeschossen er hat angeschossen stirbt warum kommt jetzt hier keiner eben weil hier lauter böse buben sollte diese tollen schüsse nicht so verschwinden ich höre es hier schießen falsche richtung ist sehr gut die 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 gut tot nein böse schießen hilfe nein will nicht wieder schlechter schuss habe doch nur noch eine energieeinheit doch gemein nein nicht energie gott sei dank das war jetzt mal schon mal safe state jetzt ist es nicht so schlimm jetzt habe ich dann ging es wieder alles abknallen sonst hört das level licht auf ich hoffe es hört noch mal auf wieder runter karate geht wenigstens gibt es relativ regelmäßig hier power ups das nicht ganz gut da das war unfair oh man guckt euch das an was ja alles rumläuft nicht fällt nicht nett nicht nett so level beendet so rest dick jones in ocp offices ist das nicht schon das letzte level ich glaube ja es ist unglaublich aber es ist wirklich glaube ich schon das letzte level das spiel ist so dermaßen unverschämt kurz und dafür hat man dann 50 mark damals ausgegeben so ich bin jetzt im rest mode ich weiß gar nicht mehr was ich hier machen muss aber ich werde es gleich erfahren direktiv vor ich habe keine waffen mehr sehe ich gerade ich kann nur noch boxen 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 das gemein ich bin tot mach kein kontinu wenn ich jetzt nämlich kontinu machen würde müsste ich das vorige level noch mal wiederholen das ist so gemein ich weiß nicht ob das mit dieser wenigen energie reicht hier durchzukommen das ist gemein ich sehe gerade aber nur eine minute zeit es ist alles sehr schwer wie einfach eigentlich direkt eigentlich leicht oder ich bin eben nicht einmal getroffen worden in dem ich mich direkt vorhin gestellt habe das versuche ich doch direkt noch einmal juhu das war nicht so gut zieht mir auch energie ab wenn ich ihn so berührung gemein wie habe ich das noch mal gemacht ich weiß es nicht mehr der nicht mehr meine pistole ab es ist unfair nur meine preis er trifft direkt und wer aber so geht es jetzt hat er mich erwischt okay ja ich muss mich direkt vor ihnen niederknien schießen schießen so lange schießen kann schließlich alles kaputt so kommen die mir schon mal eine waffe ab ja lass mich doch mal durch freund so noch mal den ganzen mist auch okay gut aber warum ist er jetzt nicht ob du bist selten blöd warum ist er jetzt nicht gelaufen ist er ist irgendwie ich hab das schon lange nicht mehr gespielt das ist ein schön typ ich hab's gesagt das spiel ist unverschämt kurz aber auch unverschämt schwer und es gibt irgendeine technik aber wir haben im moment nicht noch nicht so richtig raus jetzt muss ich erstmal weiter weg gehen wieder genau bis er wieder nach vorne kommt ja genau so könnte es gehen schießen lassen und nach vorne ja so könnte es gehen ja 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 geschafft nach unzähligen save states load states ane ist noch nicht vorbei escape from ocp ich muss fliehen jetzt aus diesem schön etablissement level 7 gibt doch noch was es kommt doch noch was zwar ist natürlich genau in der schusslinie drin ungünstiger hätte es gar nicht gehen können alter und überall die bösen so stirb karate geht weg so power warum schießt der nicht doofer kopf dober robo kopf ich habe schon kaputt geschossen cool wer wagt es schießt ihr die punkt punkt weg böse es ist so unfair die sind auch immer gerade da zu gange wenn ich im aufzug stecke mich nicht wehren kann nö ist klar irgendwie war ich mir sicher das wäre das letzte level gewesen aber ich habe mich getäuscht man sieht ich habe schon lange nicht mehr gespielt uah das ist scheiße so super schuss ich mache mal wieder kann muss das alles noch mal mir anzutun ach der schuss ist geil den hätte ich gern immer könnte so leicht sein alles tot gestorben verreckt wo war ich hier war ich das war jetzt gar nichts super jetzt noch schlechter als eben das war jetzt erstmal auf den depp da oben so karate man oh ich wurde schon wieder getroffen immer noch nicht tot der sack da oben endlich kanaten menschen spiel hier ist wieder strom vor sich das ist doch pervers irgendwann wird es unfair ich wünschte dieser blöde schuss wäre jetzt mal findet ihr nicht so toll diesen schuss endlich der weg keine energie mehr nein töthilfe ich glaube das war es das war es auch das spiel ist so blöd habe ich euch zu recht bis jetzt vorenthalten nein so schlecht ist es eigentlich nicht kurz aber schwer nein ich habe schon wieder keine energiebalken mehr von was wurde ich denn jetzt wieder getroffen ich habe es gar nicht gemerkt tot granatenmen mäniken ja stirbt stirb 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 das war auch schon wieder ich habe auch ungünstig geloadet äh gesaved mit zwei energiebalken so macht man es richtig okay du weg dann hatten man auch weg sagt wegschossen bergauf man sollte es mal anders angehen bin schon hier dreifach schluss hat dann so vielleicht links weiter rechts gehen so und tot das war gar nicht so was los jetzt so mittler abgeknallt okay eine auch jetzt kommen hier diese 1000 gegner gleich so und hier sage ich noch mal gott habe ich angst kurzen augenblick da oben ist power ab aber irgendwie habe ich das gefühl ich stirb vorher keine ahnung mann ist tot egal ich habe wieder ein bisschen mehr energie so tot das demütigend wieder alles energie weg ich versuche es trotzdem mal weiter das war wohl scheiße ok 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 ich kann auch anders ich kann auch wieder der sack da oben ich knall dich ab wie eine räudige ente dann hat man auch tot und du mich eben gekillt hat sehrere gut 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 geschnecht gut gut